Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir Minecraft Battle Wars mit King Racer und auch so ein random... Nein, Scherz. Oh ja, stimmt Brustrechte. Ich bin echt voll unfair. Ich bin voll unfair. Ich bin voll unfair. Bei mir, ich, ich. Guck mal. Vielleicht krieg ich dich. Warte ich TP dich nochmal. Ich bin... Digga, was ist... Alter. So jetzt bist du tot. Ey Digga, Mama. Was ist los? Ich hatte voll viele Blöcke. Ja, aber du wolltest doch sterben. Du warst doch eigentlich unten. Nein. Doch. Ich bin dann gestorben. Ach so. Okay. Sorry. Hab ich falsch. Wir sehen, Leute. Die Map habe ich gestern gerade gebaut mit King Racer. Warte. Ich stelle doch kurz ein bisschen leiser. So. Damit ihr mir erst ein bisschen zuhören könnt. So. Falls ihr die Map auch spielen wollt. Ich heißt auf PSN Soccer T44. kurz ein Goldschwert. Weil hier muss man alles selbst craften. Und ja, King Racer hat hier das Designische gemacht. Und ich bin in Kreativ. Auch mal ganz nice. Okay, sorry. Deswegen hat sie auch die ganze Zeit so viele Blöcke. Ups. Na gut. Was soll man machen? Er redet der Englisch gerade. Nein. Das hört sich so an. Ich bin vor dem Hetze. Ja, mein Hetze ist total schrott. Sorry. Okay, Leute. Warte. Ja, mein Hetze ist immer runtergefallen. Jetzt hat es gar keinen Hörer mehr. Ja, ich habe Neues. Aber das geht irgendwie nicht. Das Neue geht irgendwie nicht. Ganz komisch. So, wir gehen gleich mal gleich zu King Racer. So, auf den Krieg. Es geht unbedingt mal los. Alter. Ey, wenn er zu mir geht, ne? Ohne Mist. Erstmal sein Bett abbauen. Ey, wie habt ihr den Weg gemacht? Ja. Und wie seid ihr so schnell? Ja, ein bisschen. Wir spielen ja schon lange Minecraft-Bett. Ja, gut. Jetzt hol ich King Racer mein Bett, Leute. Halt's ab. Nein, camp doch kurz in der Base. Ich glaube, das ist logisch da was zu machen. Da komme ich gleich rüber, wenn ich King Racer getötet habe. Okay. So, machen wir glaube ich mal ein paar. King Racer kommt noch nicht, Leute. Das ist ganz gut. Können wir doch Schuhe machen, ja? Schuhe können wir es noch machen. Okay. Ich will ein bisschen spannende Musik. Okay. Hartspeatboxen. 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 Ja, bring dich so oder so um. King Ray, du musst angreifen. Ja, warte mal. Ich muss mir einfach Äpfel klauen. Okay. Boah, ich bin gleich. King Ray, so viel Herz hattest du noch. Wie viel? Fünf und Halt. Alter, du hast auch Eisenrüstung holen. Ich hab ja auch gedacht, der kommt jetzt zu mir. Nein. Ja, aber ich war auch unsiebbar. Ich bin unsiebbar. Okay, King Ray, dann mach mal bitte das Video. Soll nicht so lange gehen. Okay, ich will hier auch noch ein bisschen Gameplay zeigen. Ja, zwei Runde. Okay, mach, mach schnell, King Ray. Oh, King Ray aufs Ganze. Komm, mach mal den. Ja, mach du. Philipp, wo gehst du? Er baut sich ein bisschen. Ey, kommst du zu mir? Nein. Guck mal nach oben. Herr kommt doch nicht zu dir. Komm, geh mal ins Bett. 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 Okay, schnelle Runde, Leute. Wir sind in der nächsten Runde. Und tschau. Okay, Leute. Die zweite Runde steht an. So, die zwei Runde. Du bekommst kein Gold. Du bekommst kein Gold. Alles klar. Ach so, ja, stimmt. Das war ja die Fail Base, oder? Hä? Hä? Aber wenn hier Gold spawnt, hier spawnt Gold. Ja, dann tippe ich kurz hier hin. Sorry, Leute. Für so etwas, aber... Geht's jetzt? Ja, hier geht's. Hä? Ich kann hier nicht raus. Aber jetzt... Ja, wieso bin ich so langsam? Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt nicht. Und gebt doch ein, wer... Ey, ich hab was gespausen, weil ich... Kein... Mir kein Gold gegeben wurde. Ey, ich mach jetzt eh Camp-Hardy. Ganz ehrlich. Hä, wie spawnt bei mir, Alter? Wollen die mich alle verarschen? Bei mir spawnt jetzt auf jeden... Auf jeden Fall keine Fäden mehr. Nice. Du bist in meiner Base. Hä, nein. Ich bin aber in meiner Standard Base. Irgendwie ist es total unterschiedlich, ey. Ach so, die Fäden sind da einer Dings. Das ist denn eigentlich hier? Irgendwie bekommst du... Ah, da. Voll viel Gold. Ach so, das stimmt. Ich bin wirklich in deiner Base. Ich bin in dein eigenem Lobby. Also in dein eigenem Bett, sorry. Ja. Okay, dann gehst du... 3, 2, 1, go. So. Jetzt ist es bei der Runde, Leute. Jetzt war ich erstmal Camp-Hardy. Du musst nur auf die Seite gucken gegen Gold. So. Das nehme ich und... Das. Das kann. Du bist so. Tag. 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 Am Kingreisers Base. Wo gar kein Gold spahnt, äh keine Fäden spawnen, nice. Gab Bakken Ich verstehe gar nichts bei dir. Man versteht auch noch, dass du fühlst, dass irgendwas war. Sorry. Also, ein Video kannst du sehen, ne? Video kannst du sehen. Ich bin auf dieser einen Seite, auf die linke Seite von mir kommt voll. Ich kann gerade nicht verstehen bleiben. Okay. So, okay, machen doch gar kein Camp Party. Och, Mann. Kein Camp Party. King Ways, ich komm, in der Mitte. Ja, komm ruhig. Ja, ich komm auch. Soll ich nicht ein? Okay. Spawn mal ein paar Blöcke. Spawn das neu. Ja, Spawn neu, okay. Okay, nochmal sieben Blöcke, Leute. Können wir mit anfangen? Wie ist das? Ja, stimmt, weil du ja, weil dir spawnen ja keine Blöcke. Ups. Leute, muss ich alles noch ein bisschen optimieren mit den ganzen Redstone-Kram. Das ist ziemlich blöd, immer wenn das nicht funktioniert. Aber oft funktioniert es, ja. So. Eine Spitzhacke. Aus Gold, die ist sogar mega gut immer. Boah, da bin ich fast runtergesprungen. Wäre nicht so ganz so gut. Digga, mach dich vom Acker, mach dich vom Acker. Digga. Bin ich eigentlich behindert? Das sah so behindert aus. Weil ich dachte, ich gehe die ganze Zeit zurück, ne? Und dann habe ich gestorben. Äh? Okay, muss ich das verstehen, Leute? Na gut. Hex. Ich habe meine Hex ausgepackt, Leute. Habe ich deinen Spawnpoint nicht gemacht? Ja, ja. Kannst du mich depilen? Oh, ich depil dich. Das sehen wir nicht. Ja, jetzt gehst du wieder in die Mitte. Ja, mach ich auch. Ich bin in der falschen Welt. In VB? Aber in VB warst du denn? Ich bin in, ja, die, nicht, die, die andere. Ach so. Ah, ich habe so vertauscht. Sorry. Ich bin in meiner Welt noch nicht. Ja, das ist auch. Ich habe jetzt auch von dir genommen. Leute, das ist unsere Base. So, ich bin, ja, ich bin zu dir gerannt. Ich habe dich mal gemerkt. Ach, Mann. War doch ganz mal nett. King Wacer war schon kuschelig bei dir. Äh. Hast du die Heizung angemacht? So. Was soll ich jetzt craften? Hä? Ach so, ein neuer Brustpanzer. So. Neuer Brustpanzer am Start. Okay, Rund. Alter, es geht schon zwölf Minuten. Leute, wir müssen uns ein bisschen ranhalten hier. Ach so, deswegen war ich auch so schnell auf anderen. Unsinn. Ey, ich bin so behindert. Oh, Mann. Jetzt bin ich auch in der Mitte. Ach so, liegen noch ein paar schöne Schuhe. Die zieht man immer gerne an. Voller Unterschied, wenn man ein Goldschwert hat oder ein Eisenschwert. Das ist voll der Unterschied. Ich weiß. Alter. Ne, 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 ne. Wie viele Herzen? Halbes. der ich dein ernst wie er sich einfach kämpft vertrauen die doch irgendwas wollte ich meine mitte ja genau das in der mitte bauen machen die die meisten leute die berufspieler auch du warst wer mit der märmer alter die kameras mit der kamera ich nicht auch genau jetzt okay das was mit diesen paar last eine positive wertung da wenn es euch gefallen hat und dann ich wusste das video jetzt leider beenden weil schon 14 minuten geht und ja warte ich mache noch bis 50 und dann vielleicht sehen wir ja gut das wäre nicht gewinnen leute ja jawoll das kann man nicht sein okay ich werde die map aufspielen und dann schau leute